Hallo, meine Torquette, direkt mit der Antworten am Ende. Voila, ich habe gegeten, ich habe mich geduscht, weil ich hier nagegen bin. Ich werde heute ein bisschen fietsen und vonavond ein bisschen skateboarden auf ein eigen skateparken. Ich bin auf dem Weg mit der Fiets Richtung Appelterre. Ich bin auf dem Weg mit der Flöten. 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 Ich habe ein paar schöne Autos gespielt. Ich werde jetzt ein Kiwi essen und danach ein bisschen auf der PC-Skater Excel spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt auf der Straße, hier gehe ich mit Maxim zu skaten. Wir machen hier ein paar Videokens. Ich bin jetzt auf der Straße. 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 Tschüss. Ich bin jetzt auf der Straße.